Im versammelten Tempo, links angaloppiert und dann über Sprechheitszeichen. Also heute wird der Sürich. Oh, da bin ich nicht verdammt. Paula ist geboren im Jahr 2007, ist also schon 10-jährig, ist im Stall Horst-Schwarz das Lehrpferd durch ihn gewesen. Kann also von Kindern gelitten werden, von Opa, Oma, kann aber auch sportlich unheimlich gefördert werden. Ein Pferd, das vom Charakter her, vom Interieur her kaum zu überknüpfen ist. Ein Pferd, das vom Künstler her, von der Fahrgelehr sehr ansprechend ist. Ein Pferd, das im Stuhlbuch 1 eingetragen ist. Eigentlich das künstliche Pferd für die ganze Familie. Das ist ein Pferd und versuchen Galopp-Sprünge etwas energischer zu gestalten. Das heißt, jetzt machen wir beide Beine zu, lassen die Züge am Bauch. Und an der langen Seite legst du die nochmal zu. So, jetzt gibt es mehr Gas. Und auch hier, gut, jetzt darfst du dann wieder aussitzen. Bleib mal vor uns auf die Zeit. Und noch ein bisschen ruhiger. Ja, genau so, ganz genau so. Und dieses Pferd, die Reiterin, sehr schön insetzt. Sie macht das ganz exzellent. Obwohl sie noch eine ganz leichte Verbindung hat, ist das Pferd schön im natürlichen Selbst. Die Pferd muss nicht immer auf die Brust gezogen sein. Und gerade diese Bewegung, die der freien Natur, ist ideal für uns das Pferd. Und natürlich auch zusammengespannt werden. Und wir bedanken uns ganz, ganz sicher.